Der Venom und Carnage NFT Drop steht kurz vor der Tür. Außerdem schauen wir uns Details von Stagger an zu der letzten Woche und zu den nächsten Comics auf Vivi Comics. Das und noch sehr viel mehr jetzt im Video. Und ich würde sagen, starten tun wir an dieser Stelle auch direkt rein mit dem nächsten Mightiest Drop beziehungsweise dem letzten Marvel Mightiest Drop für Venom und auch Carnage. Denn wir werden ja insgesamt für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, ein Crafting Event haben. Es gibt insgesamt vier Series von Mightiest. Davon sind jeweils zwei für einen Charakter beziehungsweise für Venom oder auch für Carnage. Ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze hier nochmal ganz kurz an, wie das Gesamt aufgeteilt ist. Wir haben hier einmal den Carnage Part. Dazu zählen hier die Marvel Mightiest X-Men Heroes und Marvel Mightiest Avengers Series Hashtag 1. Und für die zweite Series beziehungsweise hier für den Venom Part sind es dann die Avengers Series 2 und die X-Men Villians Series. Und nun haben wir hier die X-Men Villians Series bekommen. Also dementsprechend das letzte Positor, was hier gefehlt hat, dass wir hier dann auch relativ zeitnah Venom und auch Carnage craften können. Und das Ganze wird hier am Samstag um 17 Uhr deutscher Zeit droppen. Wir werden hier wie gesagt die Villians bekommen. Wir schauen uns das Ganze auch mal an. Als erstes sehen wir hier Blob mit einem Listenpreis von 15 Jumps, insgesamt eine Editionzahl von 2600 Stück und natürlich hier auch eine First Appearance. Kommen wir zum nächsten Collectible und das wird hier Magneto sein. Dieser wird auch eine Editionzahl von 2600 sein, eine Ankamen sein. Keine First Appearance, da wir ihn ja schon als Charakter auf der WW App haben. Schauen wir uns das nächste Collectible an. Das ist Mystique, einmal auch mit hier 2200 Editions als Rare und eine First Appearance natürlich, da wir sie noch nicht haben. Anschließend schauen wir uns nochmal den Mr. Sinister an. Dieser wird auch als Rare kommen mit 2200 Editions. Und wir werden dann unter anderem auch noch den Juggernaut sehen mit einer Editionauflage von 1500 Stück. Mit einer Ultra Rare und das ist keine First Appearance, da wir den Charakter hier schon auf der WW App haben. Und als letztes haben wir dann hier unten noch einmal Emma Frost als Secret Rare mit einer Editionzahl von 900 Stück, einer First Appearance. Und ja, ist auf jeden Fall relativ interessant gestaltet, diese gesamte Drop. Was mir persönlich schon aufgefallen ist, es steht bei keinem dieser Collectibles dabei, welche jetzt hier gebraucht wird, um zu Venomisen. Also die man dann mit einem Trank, den ich euch gleich auch nochmal zeige, dann im Prinzip diese Mighties Venomisen kann. Dementsprechend müssen wir hier noch warten. Ich versuche euch hier auf dem Laufenden zu halten, was die Thematik angeht. Und ich habe es gerade schon angesprochen, wir brauchen ja für die Mighties, um dann wirklich auch den Symbionten zu bekommen, um damit dann auch wirklich Carnage und auch Venom craften zu können. Den Symbionten und dieser kommt nämlich am Sonntag, also einen Tag später, um 17 Uhr deutscher Zeit. Und diesen würde ich sagen, schauen wir uns auch direkt hier mal an. Das Ganze wird, da kann man sein, einen Listenpreis von gerade mal 5 Gems haben, ohne Editionzahl von 18.000 Stück als First Appearance. Finde ich erstmal persönlich super, super cool, dass das Ganze hier nur 5 Gems kostet. Das ist wirklich ein akzeptabler Preis, meiner Meinung nach. Von daher, das ist auf jeden Fall etwas, was ich vielleicht sogar auch mitnehmen werde, einfach weil das Teil eigentlich relativ cool ist. Wo der Venom und Carnage dann am Ende landen werden, vom Preis her, das kann ich persönlich momentan überhaupt nicht einschätzen. Ihr könnt mir aber sehr gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben, was ihr denkt, wie hoch der Venom und auch Carnage denn eigentlich gehen werden. Eine kurze Ankündigung von meiner Seite am Mittwoch um 20 Uhr deutscher Zeit, werde ich zusammen wieder mit Chris, wie wir reisen und Enrico eine weitere Folge. Ich bewerte dein Portfolio auf dem, insgesamt die 5. Folge schon. Und dementsprechend kommt ihr auf jeden Fall sehr gerne in den Livestream vorbei und lassen uns gemeinsam auf jeden Fall ein weiteres Portfolio bestaunen. Schauen wir uns die Stacker-Daten der letzten Woche an. Vom 15. bis 21. April insgesamt hatten wir hier 6.826 Unic-Users, die mindestens eine Transaktion in der Vivi-App gemacht haben. Wir hatten insgesamt über 30.000 Transaktionen, über 787.000 US-Dollar sind hier in Transaktionen über den Markt geflossen und knapp 200.000 Dollar sind in die App geflossen. Was auf jeden Fall ja nicht so ganz gute Zahlen sind. Wir hatten in den letzten Wochen auf jeden Fall schon deutlich bessere Zahlen, auch was im Markt ausgegeben wurde. Auch hier weiterhin ein leichter Downtrend. Dementsprechend muss man auf jeden Fall hier weiter schauen, wo es weiter hingeht. Aber das auf jeden Fall dazu. Und es gibt auch noch eine weitere Nachricht von Stacker und zwar nämlich zu der neuen Anmeldung. Und das werden wir uns jetzt mal ganz genau anschauen. Ich habe ja auch schon viele Leute gehört, die gesagt haben, sie werden sich bei Stacker auf jeden Fall nicht mit ihrem Vivi-Account anmelden. Wir schauen uns mal hier nochmal den Tweet dazu an. Und zwar geht es hier im Prinzip darum, dass ja jetzt dieser Auto-Entifizierungsprozess geupdatet wurde. Man sich jetzt mit dem Vivi-Account anmelden kann bei Stacker und sich hier im Prinzip nochmal klarstellen, die einzige Information, die wir in diesem Prozess erhalten, ist ihre Vivi-ID. Ihre Vivi-ID, diese Kennung hilft uns, ihren Status als Vivi-Benutzer zu verifizieren und ermöglicht es uns beispielsweise, ihre Sammlung auf dem Dashboard anzuzeigen. In Zukunft möchten wir token-gesteuerte Funktionen einführen, die diese Informationen erfordern, um diese Art von Service anbieten zu können. Also hier auf jeden Fall nochmal ganz wichtig für alle Leute, die jetzt einfach noch ein bisschen Angst haben. Ich kann es auf jeden Fall verstehen, aber das ist wie gesagt auf jeden Fall offiziell auch von Vivi. Ansonsten wäre jetzt hier schon von Vivi eine Warnung rausgegangen. Hey, mach das nicht, das ist ein Scam. Von daher für mich persönlich, ich persönlich habe da ein relativ gutes Gefühl. Ich mache das auch, aber jeder natürlich nur so, wie er sich damit auch gut fühlt. Kommen wir zu den Vivi-Comics, denn diese werden ja auch schon wieder morgen am Mittwoch um 9 Uhr deutscher Zeit droppen. Insgesamt wieder alle hier mit 1500 Editions und wir werden hier unter anderem auch Predator The Last Hunt Hashtag 1 bis 3 bekommen, was neben Alien auch hier auf jeden Fall nochmal eine weitere Sparte an Comics ist. Und dementsprechend, ich bin auf jeden Fall gespannt, was hier auf jeden Fall noch in den nächsten Wochen mit dabei sein wird. Schreibt mir mal sehr gerne unten in die Kommentare, ob ihr morgen auf jeden Fall dabei seid am Mittwoch um 9 Uhr deutscher Zeit und euch einige Comics holt. Und wenn ja, schreibt mir auch gerne mal unten rein, welche Comics ihr euch holen werdet. Und das war es an dieser Stelle auch schon wieder mit dem gesamten Video. Ich hoffe, euch da draußen hat es auf jeden Fall gefallen. Ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt auch einen wunderschönen Morgen, Mittag und Abend und bis dahin. Euer Captain. Ciao, ciao.